Oh ja, vielleicht kennst du das selbst und du hast dir jedes Mal gedacht, ah wie ohne dich, ich frage keinen mehr um Hilfe, ich frage einfach, ich mache einfach alles alleine. Das ist der Grund, warum ich jemand bin oder geworden bin, der es sich schwer tut, andere Menschen um Rat und um Hilfe zu fragen. Aber, du kennst das vielleicht, du hast mal jemanden um Hilfe gebeten und dieser Mensch hat dir auch geholfen, aber weil es diese toxischen Menschen gibt, die es dann gerne mal ausnutzen oder denken, sie haben deswegen ein Privileg dann, um dich dann auszunutzen oder um Macht über dich zu haben. Sie sagen dann so etwas wie, oh, erinnerst du dich nicht, dann und dann habe ich dir geholfen und bla bla, du bist mir was schuldig, du musst das für mich tun. Und jedes Mal, wenn mir das passiert ist, habe ich mir gedacht, the fuck, entweder du hilfst mir, weil du mir helfen wolltest oder du machst es nur, um gegen mich was in der Hand zu haben. Und vorher konnte ich das nie verstehen, warum Menschen so etwas tun, weil ich bin jemand, wenn ich jemandem helfe, ich helfe aufrichtig, ich verlange nichts zurück. Nur natürlich, wenn ich merke, wie ich es auch öfters sage, dass nichts zurückkommt oder seltenst mal etwas zurückkommt, mache ich mir schon Gedanken so, ey, hat das überhaupt Sinn, diesem jemandem die ganze Zeit zu helfen, wenn nichts zurückkommt, wenn es so undankbar ist, diese Menschen nutzen mich die ganze Zeit aus, aber jetzt ist das Szenario anders, dieser Mensch hat dir geholfen, einmal vielleicht, hat sich einmal für dich krumm gemacht, einmal hast du diesen Mensch gebraucht. Dann denken diese Menschen, dass sie deswegen Macht über dich haben, dass du deswegen immer für sie da sein musst. Und sie werfen mir das immer vor, einlässt du dich nicht, ich habe dir dann und dann geholfen, bla bla, wenn du mal sagst, beispielsweise, ey, so, sorry, ich habe heute keine Zeit, oh, voll falsch von dir, ich helfe dir nie wieder, das ist, das ist Narzisstenspruch Nummer 1, dieses direkte, direkte Wut. Und du hast gerade keine Zeit, und das ist mir auch oft passiert, dieses Szenario, deswegen kann ich darüber gut berichten. Gut im Sinne von nicht gut wirklich, nee, egal, du weißt, was ich meine, dieses Szenario ist einfach nicht gut, ist einfach nicht schön. Also du hast gerade keine Zeit, du musst unbedingt irgendwo hin und vielleicht beispielsweise dann dein Vater braucht dann irgendwas von dir oder sowas. Oder sonst irgendjemand und du sagst diesem jemand dann, ey, ich habe gerade echt keine Zeit, ich muss gerade los. Ah, immer hast du keine Zeit, ich frage dich einmal um Hilfe, ich bin immer für dich da und nie hast du Zeit für mich, bla 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 bla. Das ist toxischer Narzisstenspruch Nummer 1, wenn es darum geht, dass du ihm vielleicht gerade nicht helfen kannst, du hast gerade vielleicht wirklich keine Zeit. Und dann kommt diese Wut aus ihnen raus. Oh, ich helfe dir nie wieder. Vielleicht hast du es selbst mal gehört, diesen Spruch, ich helfe dir nie wieder. Dieser Spruch hat sich dann irgendwann bei mir eingepackt und hat mir, hat mir dann gesagt, so ey, hör auf Menschen zu helfen und hör auf nach Hilfe zu fragen, weil die meisten helfen nicht, weil sie helfen wollen, die meisten helfen, um etwas zu bekommen. Und das sind meistens diese Narzissten, die nur helfen, wenn sie etwas auch zurückbekommen. Und wenn du dann nicht für sie da bist, halten sie es dir vor. Dann kommt diese Shaming-Taktik und was weiß ich alles für Taktiken, wo dann rauskommen, dir ihr wahres Gesicht und zeigen, dieser Mensch war nie wirklich für dich. Er war nur für sich selbst. Und das musst du verstehen. Diese Menschen sind nicht für dich, die sind für sich selbst. Und es ist auch schmerzhaft, wenn es vielleicht deine eigene Tochter ist, dein Vater ist, deine Mutter ist, deine Schwester ist, der beste Freund ist, wer auch immer es ist oder Beziehungspartnerin, Partner. Es ist schwer, nur du musst es frühzeitig erkennen, dass diese Menschen nicht wirklich dir von Herzen helfen. Und vielleicht merkst du es auch, du fragst sie nach Hilfe und dann heißt es immer, ah, muss das jetzt sein, ich will aber nicht. Weil bei dir nehmen sie sich das Privileg raus, dir nicht direkt helfen zu müssen. Dich lassen sie immer warten. Nur wenn es um sie selbst geht, dann musst du direkt springen. Du musst direkt für sie da sein. Wenn es um dich geht, du brauchst dringend gerade Hilfe, ja, ich habe gerade keine Zeit oder sie antworten einfach nicht oder sonst irgendwas. Aber wenn du ihr Verhalten spiegelst, wenn du ihnen genau dasselbe gibst oder vielleicht hast du gerade wirklich, wie gesagt, keine Zeit oder du bist auf der Arbeit und konntest nicht früh genug schreiben, dann kommen diese ganzen Nachrichten, vielleicht sogar, hör auf mich zu ignorieren oder was weiß ich alles, was ich auch schon erlebt habe. So, äh, ja, schreib mal, ich weiß ganz genau, dass du die Nachrichten liest oder was weiß ich, was dann für ein Bullshit kommt. Du musst erkennen, auf jeden Fall, dass wenn du merkst, dass Menschen dir nur helfen, um etwas zurückzubekommen, damit sie vielleicht auch was gegen dich in der Hand haben, damit sie dann vielleicht sogar fünf Jahre später oder ein Jahr später, zwei Jahre später, dich deswegen manipulieren können, dass sie dann sagen, na, erinnerst du dich noch, da habe ich dir auch geholfen, ich habe dich da und da auch, da warst du so betrunken und ich habe dich da abgeholt und was weiß ich und du denkst auch, dass es alles selbstverständlich ist. Ich meine, dann kommt diese, weil das ist Nummer zwei, Nummer eins war ja, ich helfe dir nie wieder, wenn du, wenn sie nicht das bekommen, weil sie sind wie kleine Kinder, sie wollen unbedingt Hilfe und wenn du gerade wirklich keine Zeit hast oder etwas Besseres gerade oder Wichtiges gerade zu tun hast, dann auf einmal kommt dieser Spruch, ja, ich helfe dir auch nie wieder, frag mich nie wieder nach Hilfe. Nummer zwei ist auf jeden Fall, was wollte ich sagen, es ist dir vorhalten, auf jeden Fall, einherst du dich noch, es ist auch nicht so selbstverständlich, ich habe extra meine Zeit für dich geopfert, das ist diese Shaming-Taktik, um dich schlecht fühlen zu lassen, um dich zu manipulieren, dass du erkennst, wie wichtig diese Menschen sind, weil diese Menschen ja lieben es, sich so wichtig zu machen, die lieben das, so wichtig zu sein, zu sagen, so einherst du dich noch, ich habe mir extra die Zeit für dich genommen, ich habe extra meine Zeit geopfert, bin extra von da und da, da und da hingefahren, habe dich abgeholt, habe dies gemacht, habe das gemacht, dann halten dir alles vor, damit du dich schlecht fühlst. Das sind alles so ihre Taktiken, es gibt bestimmt noch viele, viele, viele mehr, nur ich will jetzt dieses Video nicht allzu lange machen, ich wollte dir einfach nur sagen, sobald du merkst, dass jemand, nur weil du gerade wirklich keine Zeit hast, weil ein normaler Mensch, ein stinknormaler Mensch, du hast diesem Menschen geholfen, dieser Mensch hat dir geholfen, wie auch immer, er hat keine Zeit, du sagst, okay, nicht schlimm, du verstehst es, andersrum genauso, er wird es verstehen, dieser Mensch, er fragt dich nach Hilfe, du hast gerade keine Zeit, du schreibst oder sagst, sorry, bro, ich habe gerade wirklich keine Zeit, das nächste Mal, ich bin auf jeden Fall für dich da, nur jetzt gerade, passt es wirklich nicht, ich habe gerade das und das zu tun. Ein normaler Mensch wird es verstehen, diese toxischen Menschen werden mit Mut kommen, weil sie denken, sie haben was gegen dich in der Hand, du bist ihnen etwas schuldig, diese Menschen denken immer, du bist ihnen etwas schuldig. Dein Vater denkt beispielsweise, du bist es ihm schuldig, weil er dich geboren hat, deine Mutter genauso, weil sie dich auf die Welt gesetzt hat und du bist es ihr schuldig, dass du ihr hilfst, weil sie hat dich geboren, dein Vater hat dich auf die Welt gebracht, ohne ihn wärst du nicht hier, vielleicht hast du das auch mal gehört, so kann ja auch sein. Es gibt verschiedene Dinge, verschiedene toxische Sprüche, die diese Menschen haben, nur meine waren jetzt auf jeden Fall diese Wutphase, so frag mich nie wieder um Hilfe, ich helfe dir auch nie wieder und bla bla bla, habe ich so oft gehört. Und das andere ist, dich einfach schlecht fühlen zu lassen, dass du einfach dann ein schlechtes Gefühl hast, vielleicht dann sogar klein beigibst. So können sie dich manipulieren, weil sie sind wie kleine Kinder, sie versuchen alles, um das zu bekommen, um das zu kriegen, was sie wollen. Deswegen, sei immer achtsam, wem du hilfst, sei immer bewusst, wem du hilfst, mit wem du es zu tun hast, ob dieser Mensch wirklich für dich ist oder gegen dich ist, oder überhaupt für dich ist oder nur für sich selbst ist, weil diese Menschen sind nur für sich selbst. Diese Menschen sind Taker, die nehmen und nehmen und nehmen von dir. Wenn es um dich geht, du brauchst Hilfe, du brauchst Rat, du brauchst Halt, du brauchst Rückendeckung, irgendwas. Du kannst gucken, du kannst schauen, diese Menschen sind nicht da. Oder vielleicht dauert es und dauert es und dauert es und sie lassen dich warten und dann vielleicht kommt ein Tag später eine Nachricht, sorry Bro, ich hatte heute keine Zeit oder sonst irgendwas, habe ich auch schon erlebt. Oder, keine Ahnung, du fragst sie und sie machen ein so großes Drama daraus, kannst du das nicht mal alleine machen, immer fragst du mich nach Hilfe, blablabla, sei doch nicht so, du machst immer auf so hilflos, du kriegst das bestimmt auch selbst hin. Und die machen so ein großes Drama aus, nichts. Nur weil sie dir gerade helfen müssen. Nur weil du gerade mal Hilfe brauchst. Deswegen, aber ich will hier nicht irgendwie sagen so, du sollst jetzt immer nach Hilfe fragen. Natürlich, wenn du Dinge selbst meistern kannst, meister es selbst. Nur manchmal brauchen wir Hilfe. Und die Menschen, die uns nahestehen, sind auch meistens die, die wir nach Hilfe fragen. Und vielleicht sind es genau diese Menschen, die nicht wirklich für dich sind. Die nur für sich selbst sind. Und das merkst du einfach an den Punkten. Du hilfst ihnen, springst immer für sie, bist immer für sie da. Und sobald du mal keine Zeit hast, sobald du mal keine Zeit hast, wird alles gegen dich verwendet. Das ist also alles, was der Narzisst für dich getan hat, wird gegen dich verwendet. Auf jeden Fall. Alles. Nein, hast du dich nicht auch da und da. Ich habe das und das für dich. Alles wird gegen dich verwendet. Das ist wie vom Gericht. Alles kann und wird gegen dich verwendet werden. Genau so ist es. Genau so ist es. Deswegen, sei nicht immer so selbstverständlich für andere da. Sei mehr für dich selbst da. Und selektiere die Menschen wirklich, die wirklich Gutes für dich tun und nichts von dir verlangen. Es ist geben und nehmen. Das will ich damit sagen. Nicht, dass sie nichts verlangen, weil du solltest auch für diese Menschen da sein, die für dich da sind. Du solltest auch für sie da sein. Das ist selbstverständlich. Nur selektiere die Menschen und mistet die Menschen aus, die dann es dir vorhalten und dich schlecht fühlen lassen, wenn du mal keine Zeit hast. Wie gesagt, ein normaler Mensch wird das verstehen. Er wird es dir nicht übel nehmen. Er wird sogar noch sagen, okay, alles klar, kein Problem, Bro. Aber diese fragilen, toxischen Menschen, diese kleinen Weicheier, werden es dir übel nehmen und werden ihre übelsten Karten rausspielen. oder ausspielen, wie auch immer das heißt. Sie werden ihre übelsten Karten rausspielen. Sie werden dich schlecht fühlen lassen. Sie werden dich versuchen zu manipulieren. Sie werden es dir vorhalten. Sie werden mit Wut kommen. Und was weiß ich, alles wird gegen dich verwendet. Deswegen nichts ist selbstverständlich für diese Menschen. Merk dir eins, wenn diese Menschen dir geholfen haben, werden sie auf jeden Fall kommen und diese Hilfe quasi als Joker-Karte nutzen, damit sie was gegen dich in der Hand haben. Deswegen, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was lernen. Versuche, die Videos jetzt mal wieder etwas kürzer zu machen. Und ja, das ist, warum Narzissen alles gegen dich verwenden, wenn du ihnen hilfst. Oder, nein, nicht, wenn sie dir geholfen haben. Sie werden alles gegen dich verwenden. Sie haben dir geholfen und fühlen sich da deswegen dann berufen. Oder, wie soll ich sagen, sie haben dir geholfen und ich denke, der beste Beweis dafür oder der beste, das Beste, was man dazu sagen kann, sage ich es mal so, ist, dass sie es als Joker-Karte nutzen. Das ist ihre Gefängnis-Frei-Karte. So, in Anführungszeichen. Das ist ihr Joker für alles. Erinnerst du dich noch da und da? Erinnerst du dich noch das? Vergiss nicht, wer dir geholfen hat, wie es dir schlecht ging. Vergiss mich nicht, wie ich für dich da war. Das ist so respektlos jetzt. Immer hast du keine Zeit für mich und sie machen den Trauma raus. Deswegen, diese Menschen lieben Trauma. Fütter sie nicht und sei nicht so selbstverständlich für diese Menschen da. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. 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 Vielen Dank.